Was soll ich mit den Schuhen? Also ich upgraden einfach? Ja. Ich habe jetzt dreiviertel Eisen. Das ist gut. Okay, sehr nice. Dicker Fresh. Ich habe immer das Gefühl, du hast mehr Rüstung, als ich es gerade habe, aber... Also ich würde voll gerne den Helm noch mal tauschen. Können wir Helme tauschen? Ja, okay. Oder mal mit Chestnut. Ich gebe dir meinen Helm. Ja, komm. Warum ist der... Ist das Leder? Ach so. Ist doch nice. Zum Glück habe ich es in dir nicht blau gefärbt, dann hättest du dir gedacht, ich habe die Rüstung. Bro. Ich bin Papa Platte. Oh, grüne Pokémon sind Pflanze. Weißt du Rüstung ist Eisen? Komm, hau ab.